Guten Morgen, Frau Kieslowski. Kann ich Sie kurz stören? Guten Tag, Herr Achmadi. Natürlich. Haben Sie sich gut eingefunden in Ihrer neuen Rolle als Teamleiter? Ja, die Arbeit als Teamleiter gefällt mir und das Team passt auch gut zusammen. Aber es geht um die Teamsitzungen, die ich leite. Ist die zeitliche Belastung durch Teammeetings zu hoch? Das nicht. Wir treffen uns zweimal die Woche und das würde ich auch so beibehalten. Aber die Teamsitzungen, wie sie mein Vorgänger durchgeführt hat, finde ich nicht effizient genug. Die Ergebnisse sind bislang recht mager. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache, dass die Meetings nicht so gut laufen? Im Hinblick auf das Projektziel, die einzelnen Abläufe und die Zwischenergebnisse werden wir nicht konkret genug. Wir grenzen die Themen nicht ausreichend ein. Manchmal besprechen wir im Meeting immer wieder das Gleiche. Ich möchte, dass sich die Teammitglieder gezielt darauf vorbereiten. Mein Anliegen ist es, die Teamsitzungen von Grund auf umzugestalten. Meine Vorschläge dazu sind bei den Kolleginnen und Kollegen aber auf Ablehnung gestoßen, weil es mehr Arbeit bedeutet. Verstehe. Auch wenn viele Mitarbeitende Veränderungen nicht mögen, müssen Sie als Teamleiter Klartext sprechen und das Team durch gute Argumente überzeugen. Ja, das stimmt schon. Von effizienten Sitzungen profitieren ja letztendlich alle. Genau, Herr Achmadi. Ich bin sicher, dass Ihnen das gelingt. Danke, Frau Kieslowski, für Ihre Unterstützung. Hallo, Frau Hofmann. Schön, dass Sie sich für das Amt der Betriebsrätin interessieren. Ja, ich möchte mich in der Firma für andere einsetzen und für den Betriebsrat kandidieren. Frauen sind da ja noch unterrepräsentiert. Ich freue mich, wenn Sie sich zur Wahl stellen. Als langjähriger Betriebsrat gebe ich Ihnen gerne einige Infos. Wie Sie wissen, muss der Arbeitgeber bei vielen Entscheidungen den Betriebsrat mit einbeziehen. Ja, zum Beispiel, ob einer Kollegin oder einem Kollegen gekündigt werden darf. Das ist richtig. Aber im Betriebsrat geht es nicht nur um das Wohl der Mitarbeitenden, sondern auch um das Wohl der Firma. Kündigungen sind da nicht zu vermeiden. Das erzeugt Spannungen, die man aushalten muss. Zudem müssen Sie sich auch mit Themen beschäftigen, die nichts mit Ihrem Beruf zu tun haben, also Neues dazulernen. Genau das möchte ich. Da haben Sie schon mal gute Voraussetzungen. Es ist sehr wichtig, dass Sie nach Ihrer Wahl durch die Belegschaft an einer Grundlagenschulung teilnehmen, damit Sie wissen, welche Aufgaben und Rechte Sie als Betriebsrätin haben. So können Sie Konflikte zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen konstruktiv lösen. Wie ist es denn mit meinem Beruf? Als Betriebsrätin arbeite ich ja ehrenamtlich. Heißt das, dass ich meine Freizeit dafür opfern muss? Nein. Der Arbeitgeber muss Ihnen Arbeitszeit zur Verfügung stellen, aber kein zusätzliches Geld geben. Okay. Das ist akzeptabel. Bioladen Grünland, Schreiner? Guten Tag, Veggie-Manufaktur Budra, mein Name. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, es ist gerade nicht viel los. Unsere Manufaktur stellt Produkte aus Pflanzeneiweiß her, die für Ihren Bioladen interessant sein könnten. Vegetarische Produkte haben wir schon sehr viele im Sortiment. Ich denke nicht, dass wir da noch was brauchen. Wir vertreiben hauptsächlich regionales Gemüse und Obst. Was ist denn an Ihren Produkten so besonders? Wir nutzen ausschließlich Pflanzen aus dem regionalen Bioanbau, denken hinsichtlich der Rezeptur aber über die Grenzen hinaus. Neben indischen und japanischen stellen wir zum Beispiel auch äthiopische oder persische Delikatessen damit her. Das gibt es nur bei uns. Hm, das hört sich nicht schlecht an. Wie ist denn der Preis für Ihre Produkte? Unsere Preisliste lasse ich Ihnen gerne zukommen. Wenn Sie einverstanden sind, richten wir in Ihrem Laden mal einen kleinen Tisch ein, wo Ihre Kundinnen und Kunden unsere Produkte kostenfrei probieren können. Dann können Sie sich ein Bild von unserem Angebot machen. Gerne. Am besten an einem Samstag. Kubicki? Hallo, Herr Kubicki. Hier ist Flora Gabor. Ich leite das Projekt Gesundheitsprogramm. Hallo, Frau Gabor. Wie kommen Sie voran? Naja, am Anfang lief es ganz gut, aber jetzt wird es zeitlich knapp. Der Projektplan, den Sie mir vorgelegt hatten, war doch realistisch. Ja, unser Zwischenziel haben wir auch schnell erreicht. Wir haben jetzt einen guten Überblick, in welchen Abteilungen des Unternehmens es hohe Krankenstände gibt. Uns fehlen aber noch die Ursachen für krankheitsbedingten Ausfall. Wir wollen deshalb eine anonyme Befragung durchführen und dafür eine externe IT-Firma beauftragen. Ja, der Datenschutz ist ein hohes Gut. Aber das wussten Sie doch schon vorher, Frau Gabor. Kubicki? Hallo, Herr Kubicki. Hier ist Flora Gabor. Ich leite das Projekt Gesundheitsprogramm. Hallo, Frau Gabor. Wie kommen Sie voran? Naja, am Anfang lief es ganz gut, aber jetzt wird es zeitlich knapp. Der Projektplan, den Sie mir vorgelegt hatten, war doch realistisch. Ja, unser Zwischenziel haben wir auch schnell erreicht. Wir haben jetzt einen guten Überblick, in welchen Abteilungen des Unternehmens es hohe Krankenstände gibt. Uns fehlen aber noch die Ursachen für krankheitsbedingten Ausfall. Wir wollen deshalb eine anonyme Befragung durchführen und dafür eine externe IT-Firma beauftragen. Ja, der Datenschutz ist ein hohes Gut. Aber das wussten Sie doch schon vorher, Frau Gabor. Ja, natürlich. Deshalb haben wir die externe IT-Firma schon zu Projektbeginn damit beauftragt, einen geeigneten Fragebogen zu entwerfen, der die Anonymität gewährleistet. Und die IT-Firma kann jetzt nicht liefern? Doch, aber erst Ende Juli, also einen Monat später als geplant. Und wir wollen unbedingt dieser IT-Firma den Auftrag geben. Die Befragung selbst wollen wir deshalb erst Mitte September anstoßen. Da sind die meisten wieder aus dem Urlaub zurück. Der Rücklauf ist dann sicher höher. Das heißt, bis zur jährlichen Betriebsversammlung können Sie noch keine Ergebnisse vorlegen? Nein, leider nicht. Wir können auf der Betriebsversammlung aber schon Ideen vorstellen, wie so ein Gesundheitsprogramm in den Betriebsablauf integriert werden könnte. Gut, Frau Gabor. Dann machen wir das so. Guten Morgen, Herr Martinez. Haben Sie einen Moment? Ja, natürlich, Frau Gold. Worum geht's? Sie wissen ja, dass wir in unserem Familienbetrieb händeringend Auszubildende suchen. Ja, das ist auch für mich als Ausbildungsleiter frustrierend. Herr Martinez, ich möchte gern ein kleines Team bilden, das sich Gedanken dazu macht, wie wir uns als Ausbildungsbetrieb besser darstellen können. In der Zeitung inserieren reicht er bei weitem nicht aus. Und wer wäre in diesem Team? Ich habe da an drei Leute gedacht. Die Personalleiterin, sie als Ausbildungsleiter, und an Herrn Wagner, der die Ausbildung vor zwei Jahren abgeschlossen hat. Er ist sehr engagiert und ist nah dran an seiner Altersgruppe. Hm. Brauchen wir da nicht auch noch jemand, der sich mit Marketing auskennt? Ich möchte ehrlich gesagt erst mal die Basis fragen. Also diejenigen, die tagtäglich mit unserem Betrieb zu tun haben. Es geht nicht darum, dass Sie bzw. das Team eine professionelle Marketingstrategie ausarbeiten, sondern sich darüber austauschen, was Sie an unserer Firma attraktiv finden, warum Sie hier gern arbeiten und was wir noch tun könnten, um Auszubildende für uns zu gewinnen. Genau das gefällt mir hier. Dass wir Angestellten eingeladen werden, mitzureden. Dafür müssten wir aber von der Arbeit freigestellt werden. Das lässt sich machen. Im Moment haben wir saisonal bedingt weniger Aufträge. Die Personalleiterin würde das Team moderieren und die Ergebnisse dokumentieren. Das klingt gut. Ich bin dabei. Also, immer wenn ich ins Büro komme, kriege ich Kopfschmerzen. Was ist denn los, Dennis? Ich weiß nicht. Irgendwas riecht hier komisch. Ach was. Das bildest du dir nur ein. Ich rieche nichts. Doch. Vielleicht ist es das Mittel, das die Reinigungsfirma neuerdings benutzt. Ja, könnte sein. Es riecht anders. Sollen wir das Fenster öffnen? Das reicht nicht. Wir arbeiten jeden Tag hier. Da will ich grundsätzlich keine gesundheitsschädlichen Dämpfer einatmen. Hm, das möchte ich auch nicht. Ich bitte den Chef, mit der Reinigungsfirma zu sprechen. Hast du schon gehört, Daniel? Wir bekommen neue Laborkittel. Was? Schon wieder? Ja, sie sind schwerer als die alten, sollen aber angeblich besser schützen. Hier ist ein Bild. Naja, schön sind sie ja nicht gerade. Das ist doch nicht so wichtig. Vor kurzem hat sich ein Kollege trotz Kittel mit einer Chemikalie verletzt. Also ich finde einen Laborkittel, der zuverlässig schützt, sehr wichtig. Wir sind halt auch nur Menschen und ein Moment der Unaufmerksamkeit kann schlimme Folgen haben. Hallo David, gut, dass ich dich treffe. Hallo Joana. Die Geschäftsleitung hat uns doch vor kurzem die neuen und größeren Büros für die verschiedenen Teams gezeigt. Also ich finde, da muss dringend nachgearbeitet werden. Du meinst die Lärmbelästigung durch den Kopierer? Ja, er steht mitten im Büro. Wir brauchen dringend einen gut belüfteten Extraraum für die Kopierer. Damit wir die Tonerpartikel nicht ständig einatmen? Genau, das kann krank machen. Der Betriebsrat unterstützt meinen Vorschlag auch. Okay, lass uns einen Termin mit der Geschäftsleitung ausmachen. Guten Morgen, hört mal bitte alle kurz her. Was gibt's denn? Wo brennt's? Brennen ist ein gutes Stichwort. Die Geschäftsleitung will regelmäßige Übungen einführen. Verhalten bei Brand, was tun, wenn eine Chemikalie ausläuft und so weiter. Das ist bestimmt sinnvoll. Die letzten Trainings sind schon lange her. So ist es. Und besonders gut waren sie auch nicht. Viel zu theoretisch. Genau, das soll sich ändern. Nächsten Samstag ist eine Notfallübung mit vielen praktischen Übungen angesagt. Ich hoffe, ihr könnt das alle einrichten. Am Samstag? Wochenende, ade. Hast du schon gehört? Eine Schülerin von der Realschule will bei uns ein einwöchiges Schnupperpraktikum machen. Oh je, das bedeutet wieder mehr Arbeit. Findest du? Praktikanten können uns doch auch Arbeit abnehmen. Kaffee kochen und Aktenordner einräumen etwa? Naja, auch das gehört manchmal dazu. Spaß beiseite. Ich denke da eher an Recherchearbeit im Internet. Die ist doch auch wichtig in unserem Beruf. Und die jungen Leute sind da oft viel fitter als wir. Unsere Praktikantin muss erst mal die Abläufe in unserer Arbeit kennenlernen. Ja klar. Sie soll sich ja ein realistisches Bild machen. Okay. Ich zeige ihr am ersten Tag erst mal alles Wichtige. Und du kannst dir sinnvolle Aufgaben für sie überlegen. Bevor ihr in den Feierabend geht, hört mal alle her. Was gibt's denn? Ich muss gleich los. Hab's heute auch eilig. Dann mach ich's kurz. Morgen kommen zwei Informatikstudenten von der Universität. Wollen die bei uns arbeiten? Nein. Sie schreiben ihre Abschlussarbeit zur Sicherheit der Daten in unserer Branche. Da sind sie bei uns richtig. Unser System wurde schon zweimal gehackt. Es gibt zu viele Einfallstore. Jetzt übertreib mal nicht, Thomas. Die Hacker sind uns immer ein Stück voraus. Ich sehe das wie Thomas. Wir müssen unbedingt was verbessern. Sowohl personell als auch in Bezug auf die Programme. Vielleicht hilft uns das Ergebnis der Abschlussarbeit in der nächsten Betriebsversammlung. Ganz sicher. Hallo zusammen. Ich begrüße alle Mitarbeitenden und den Betriebsrat ganz herzlich zu unserer diesjährigen Betriebsversammlung. Sie sind sicher darauf gespannt, wie der neueste Stand der Produktentwicklung und des Umsatzes unseres Unternehmens ist. Die Auswertung ist leider noch nicht abgeschlossen. Wir halten Sie aber auf dem Laufenden und stellen alles Wichtige zeitnah ins Intranet. Als Geschäftsführer möchte ich Ihnen heute ein Projekt vorstellen, das die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden voranbringen und vereinfachen soll. Zunächst möchte ich Ihnen darlegen, wie die bisherigen Weiterbildungsmöglichkeiten von den Mitarbeitenden genutzt wurden und ob bzw. wie sich die neu erworbenen Kenntnisse im Unternehmen niedergeschlagen haben. Kurz gesagt, wie effizient sind eigentlich unsere Schulungsangebote? Hier müssen wir feststellen, dass viele der analogen Angebote zu langsam und zu schwerfällig sind. Bis ein geeigneter Termin für ein Seminar gefunden, die Weiterbildung organisiert und das notwendige Know-how entstanden ist, vergehen manchmal Wochen. Das dauert zu lang. Wie Sie wissen, ist die wichtigste Kenngröße eines Unternehmens heute seine Innovationskraft. Entschuldigung, kann ich was fragen? Ja, natürlich. Gilt das auch für die Schulungen zur Gesundheit am Arbeitsplatz? Ich hatte den Eindruck, dass sie sehr gut angenommen werden. Das ist richtig. Die Gesundheitskurse haben zu einem niedrigeren Krankenstand geführt und wir werden sie natürlich als analoge Kurse beibehalten. Für die fachbezogene Weiterbildung werden wir im kommenden Jahr sukzessive eine digitale Unternehmensakademie aufbauen. Das bedeutet, dass in Zukunft für alle Mitarbeitenden spezifische Lernangebote im Intranet zur Verfügung stehen und unabhängig vom Ort bearbeitet werden können. Unsere Mitarbeitenden können sich auf diese Weise schneller und unkomplizierter schulen. Wissen und Kompetenzen können damit effizienter aufgebaut werden. Entschuldigung, aber besteht da nicht die Gefahr, dass die zukünftigen Schulungen nur oberflächlich bleiben? Am Computer Texte lesen ist doch langweilig. Keine Sorge, die Lernmodule werden komplett überarbeitet und aktualisiert. Dazu werden wir im Intranet eine attraktive Lernplattform einrichten. Das ist sozusagen ein Seminarraum im Internet. Dort finden Sie dann die Lernmaterialien, die Sie für Ihre Arbeit brauchen. Sie dürfen darauf vertrauen, dass diese Lerninhalte fundiert sind und immer aktuell gehalten werden. Sie fragen, ob das Lernen auf der Lernplattform langweilig ist? Ganz und gar nicht. Denn wir werden unterschiedliche Formate nutzen, wie Sie sie auch aus dem Internet kennen. Neben klassischen Dokumenten und vertonten Präsentationsfolien wird es auch Erklärfilme, Podcasts und Videos mit Quizfragen geben. Ein interaktiver Teil zwischendurch und am Ende soll Ihnen zeigen, ob Sie die Inhalte verstanden haben. Und ja, auch spielerische Aufgaben wird es geben. Unseren Mitarbeitenden soll das Lernen ja auch Spaß machen. Es spricht auch nichts dagegen, dass Sie sich zu zweit oder in einer kleinen Gruppe mit den Lerninhalten beschäftigen. Das möchte ich ausdrücklich unterstützen. Und woher kommen diese Inhalte? Werden fertige Materialien extern eingekauft? Nein. Wir werden sie zusammen mit den Fach- und Führungskräften eruieren. Sie wissen am besten, welche Kompetenzen und Arbeitserfahrungen es in Ihren Teams gibt und was noch gebraucht wird. Sobald der Schulungsbedarf klar ist, stellen wir ein Budget zusammen und beauftragen professionelle E-Learning-Entwickler und IT-Fachleute für die Erstellung der Materialien. Meinen Sie denn, dass die Digitale Unternehmensakademie auch von den Älteren unter uns genutzt wird? Das ist eine gute Frage. Unsere jungen Mitarbeitenden sind es ja schon von klein auf gewohnt, sich Wissen aus dem Internet zu holen. Die Älteren brauchen da sicher am Anfang technische Unterstützung. Auf der anderen Seite punkten ältere Mitarbeitende mit einem großen Erfahrungsschatz, den sie an die Jüngeren weitergeben können und sollen. Wir halten nichts davon, Jungen und Älteren unterschiedliche Lernmaterialien zu geben. Es muss auch, wie schon vorhin angedeutet, niemand allein vor dem Computer sitzen. Ganz im Gegenteil. Wir setzen hier auf Zusammenarbeit. Zum Start der Digitalen Unternehmensakademie möchten wir deshalb generationenübergreifende Teams bilden. Die Jüngeren unterstützen die Älteren bei der Technik und dem Umgang mit der Lernplattform und die Älteren helfen den Jüngeren bei der Anwendung des Gelernten, zum Beispiel im konkreten Kundenkontakt. Ein Beispiel, das Kunden immer wieder nennen, ist die Servicequalität. Sie wird sehr unterschiedlich bewertet. Da haben die Älteren oft mehr Geduld als die Jüngeren und können gute Tipps geben, wie man zum Beispiel mit schwierigen Kundinnen und Kunden umgehen kann. Sie sehen also, die Wirkung unseres Unternehmens nach außen sollte moderner gestaltet werden. Heißt das, dass unsere PR-Maßnahmen veraltet sind? Ich würde nicht sagen, dass sie veraltet sind. Aber meines Erachtens sind sie nicht ausreichend. So hat sich zum Beispiel unsere Werbung in den sozialen Medien durchaus bewährt, obwohl wir damit nur die internetaffine Kundschaft erreichen. Vernachlässigt wurden hier eindeutig unsere älteren Kundinnen und Kunden, die fast 50 Prozent ausmachen. Unsere hochwertigen Produkte brauchen ja durchaus eine gewisse Finanzkraft auf Seiten der Kundschaft. Werbung, die unsere älteren Kundinnen und Kunden erreicht, müssen wir dringend besser aufstellen. Bedeutet das, dass wir wieder Werbeanzeigen in den Tageszeitungen und einschlägigen Zeitschriften schalten? Da brauchen wir ein höheres Budget. Nicht unbedingt. Das Gros der Werbeanzeigen soll weitgehend online bleiben. Eine Kundenbefragung hat ergeben, dass unsere Anzeigen auf YouTube und in den sozialen Medien durchaus gut ankommen. Ein neues Konzept, das wir anvisieren, ist eine informative Pressearbeit. Das heißt, wir wollen die Printmedien dazu bringen, zu verschiedenen Themen Interviews mit uns zu führen oder Artikel über uns zu veröffentlichen. Solche Artikel müssen natürlich sachlich gehalten werden. Mit fundierten Informationen über unsere Produkte gewinnen nicht nur die älteren Kundinnen und Kunden mehr Vertrauen in uns. Aber lassen Sie uns noch weiterdenken. Auf der letzten Publikumsmesse haben wir festgestellt... Guten Morgen, hier ist Verena Schulze, Rechtsabteilung. Es geht um Frau Kohler, die Pflegekraft, die letzte Woche um 6 Uhr morgens vor dem Eingang des Seniorenstifts ausgerutscht ist und sich den Knöchel gebrochen hat. Es handelt sich hier natürlich um einen Arbeitsunfall und sie bekommt Verletztengeld von der gesetzlichen Unfallversicherung. Anspruch auf Schmerzensgeld hat sie aber nicht, weil den Arbeitgeber keine Schuld trifft. Bitte teilen Sie ihr das mit. Hallo Nadja, Lukas hier. Du warst ja heute wie geplant Ansprechpartnerin für unsere Seniorinnen und Senioren und hast deshalb nicht an der Dienstübergabe teilgenommen. Dein Anliegen, mal einen Theater- oder Kinobesuch für unsere Bewohner anzubieten, habe ich in der Besprechung eingebracht. Zwei Kollegen würden auch gern mitmachen. Kannst du ein paar konkrete Vorschläge machen, welche Vorstellungen sich eignen würden? Dann schauen wir, ob wir das mit einer kleinen Gruppe durchführen können. Ach ja, es gibt kleine Änderungen im Dienstplan. Ich schicke ihn dir per Mail. Guten Morgen, Annalena Landmann von der Volkshochschule Stadtmitte. Sie hatten ja angeboten, dass wir drei Räume im Erdgeschoss ihrer Sprachschule am Abend für Veranstaltungen mitnutzen könnten. Das wäre für uns eine interessante Alternative, weil manche unserer Räume zu klein sind. Versteht sich der Mietpreis denn inklusive Umsatzsteuer? Wenn dem so ist, sind wir damit einverstanden. Was wir noch klären müssten, wie gestalten wir die Schlüsselübergabe? Und sind die Räume mit WLAN ausgestattet? Das wäre sehr wichtig für uns. Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung per Mail oder Anruf, dann können wir unser Programm entsprechend aktualisieren. Danke. Hi Dennis, hier ist Frank. Ich bin gerade dabei, den Jahresabschluss unseres letzten Geschäftsjahres zu erstellen. Ich habe soweit alles beisammen. Danke für die Rechnungskopien Spesen im Dezember, die du mir gestern geschickt hast. Was mir noch fehlt, sind die letzten Einträge im Fahrtenbuch. Du hast ja am 31. Dezember den Kundennotdienst übernommen und warst, wie ich sehe, bei zwei Kunden. Kannst du bitte die Einträge im Fahrtenbuch noch ergänzen? Danke schon mal. Hallo Carolina und Luis, hier ist Lea. Ich brauche dringend eure Hilfe. Wir bekommen morgen drei Saisonarbeitskräfte von der Zeitarbeitsfirma. Sie arbeiten zum ersten Mal bei uns und müssen unbedingt bald eingearbeitet werden, bevor wir sie an die Maschinen lassen. Normalerweise macht das Konrad, aber der hat sich ausgerechnet heute krank gemeldet, Bein gebrochen. Wirklich zu dumm. Könnte einer von euch einen Urlaubstag opfern und in die Firma kommen? Ein dickes Dankeschön schon mal. Bevor ich es vergesse, wir müssen auch noch daran denken, dass das Gremium Informationen zu dem Ausgang der Kontrollen haben will. Das kann ich übernehmen. Haben Sie denn... Zu meiner Anfrage vorher. Das hat sich erledigt. Ich bin fündig geworden. Ein Kollege baut eigentlich heute Überstunden ab, kommt aber spontan doch rein. Damit sind wir komplett. Aber noch eine Frage zu deiner... Das liegt zum Teil auch an den Partnerfirmen. Da haben sich einige Prozesse aus Personalmangel leider verzögert, sodass ich leider von der geplanten Zustellung im Juni abweichen muss. Ich denke, es ist wichtig, dass in dem Fall beide Seiten ihren Handlungs- und Interessenschwerpunkt noch einmal absprechen. Daher schlage ich eine zusätzliche Sitzung, natürlich nach Absprache mit allen Beteiligten, am Vortag vor. Melden Sie sich dazu bitte umgehend. Kann es sein, dass die Agentur nicht termingerecht fertig geworden ist? Ich sehe nicht, dass das Werbevideo bei mir eingegangen ist. Zusammen mit den Prospekten zu der neuen Steuerungsanlage soll ich das morgen bei der Tagung präsentieren. Ich verstehe natürlich, dass Sie die Zeit brauchen. Aber ich habe jetzt die Kunden informiert, dass eine Besichtigung heute möglich ist. Den Termin jetzt noch einmal zu verschieben, würde auch die letztendliche Buchung verschleppen. Mit der Grafikfirma habe ich auch schon geredet. Natürlich brauchen die noch etwas Bedenkzeit. Aber ich denke schon, dass Sie die Anfrage interessant fanden und es wäre natürlich super, wenn Sie tatsächlich Interesse hätten. Das Kundengespräch ging sehr gut. Selbstverständlich konnte ich noch keine Versprechungen machen, das liegt ja auch nicht allein bei mir. Unter Vorbehalt habe ich dem Kunden aber vermittelt, dass es von unserer Seite aus keine Bedenken mehr gibt. Könnten Sie mich bitte wegen der Ausbuchungen zurückrufen? Gestern habe ich die beschädigten Artikel aussortiert und hier zur Buchung bereitgestellt. Jetzt ist der Karton aber nicht auffindbar und ich kann auch nicht sehen, ob die schon jemand gebucht hat. Hallo Pavel, hier ist Jana. Wegen eines Wasserschadens in Raum 3 musste ich die Belegung für morgen überarbeiten. Das Problem ist die Größe der Räume. Laut System sind deine Termine ausschließlich in Raum 4. Nur ein Patient ist in Raum 5 gebucht. Ich habe jetzt alle deine Patienten dorthin verlegt. In 4 ist mehr Platz und dahin könnten dann die Kollegen ausweichen, die eigentlich in 3 wären. Im Notfall kannst du aber den Sportsaal nutzen. Bitte melde dich, wenn du Einwände hast. Hi, Karim hier. Heute gab es wieder das gleiche Problem mit unserer Buchungssoftware. Anscheinend konnten sich mehr Personen zu unseren Kursen anmelden, als wir im System zugelassen haben. Das wird langsam unangenehm, weil wir die Leute dann ja abweisen müssen. Früher hat das doch auch immer funktioniert. Dass das weder an uns noch an den Kunden liegt, hat mir Frank bestätigt. Eine Serviceanfrage an die Softwarefirma ist raus, aber du hattest das Problem doch neulich auch. Was war da die Lösung? Guten Tag, Köhler vom Papierkurier. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass einige unserer Fahrer ausgefallen sind. Bei der derzeitigen Auftragsmenge spürt man die Auswirkungen gleich. Den Liefertermin heute Mittag können wir daher nicht einhalten. Wir können anbieten, einen externen Fahrer zu schicken, der die Ware bei uns abholt. In dem Fall würde es aber erst gegen 19 Uhr klappen. Wäre da bei Ihnen noch jemand im Haus? Ansonsten verlegen wir den Termin auf morgen. Melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei mir und entschuldigen Sie die Umstände. Guten Tag, Weißler vom Hausmeisterservice Volt. Wir haben Ihre Mail erhalten und ich bitte Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Aufgrund der aktuellen Grippewelle hatten wir mit mehreren Ausfällen im Team zu kämpfen und konnten einiges nicht wie gewohnt zeitnah erledigen. Den Normalbetrieb werden wir aber ab Donnerstag wieder aufnehmen können. Ich sehe, dass bei Ihnen in den Büros noch ein Türschlossdefekt gemeldet ist. Können Sie mir bitte mitteilen, welche Tür genau das ist? Bitte auch mit Gebäude- und Stockwerkangabe, dann wird heute noch jemand kommen. Übrigens haben wir eine neue Kollegin in der Buchhaltung, Frau Hansen, die sich zukünftig um die Abrechnungen kümmern wird. Bei Schadensmeldungen melden Sie sich aber gern direkt bei mir. Noch einmal, mein Name ist Weißler, W-E-I-S-L-E-R und meine Nummer ist 0 25 3 940 7, Durchwahl 16. Vielen Dank. Schönen guten Tag, Küpperling hier vom Noble Catering. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich erst jetzt melde. Ihre Mail ist wohl beim falschen Mitarbeiter gelandet. Jetzt kann ich Ihnen aber mitteilen, dass der 17.05. von uns aus klappt. Per Mail habe ich Ihnen eine Kostenauflistung geschickt. Der zweite Anhang ist eine Option mit ausschließlich biologischen Produkten inklusive regionalem Gemüse. Vielleicht bevorzugen Sie das. Melden Sie sich in jedem Fall bis Donnerstag bei mir, auch bei einer Absage. Am besten erreichen Sie mich mobil 0 17 8 510 12 27. Mein Name noch mal, Küpperling. K-Ü-P-P-E-R-L-I-N-G. Ach ja, Sie haben ja nach Servicepersonal gefragt. Das können wir natürlich auch stellen. Drei Mitarbeiter sind in der Kalkulation berücksichtigt. Auf Wiederhören. Binde Strich J-A-H-N-K-E. Ach so, Ihr Firmenlogo auf den Fahrzeugen stellen wir natürlich nicht erneut in Rechnung. Hallo, hier ist Ina Hoog-Jahnke von AutoPlus. Sie haben uns geschrieben, dass Sie in letzter Zeit Probleme mit unseren Fahrzeugen haben. Könnten Sie diese bitte noch einmal in unserem Schadensformular dokumentieren? Das Formular ist auf unserer Webseite. Natürlich ist es möglich, dass wir die drei Transporter schnellstmöglich austauschen. Ich sehe auch, dass Ihr Leasingvertrag in vier Monaten ausläuft. Wir bieten Ihnen bei Vertragsverlängerung 10% Rabatt an. Als Entschädigung für Ihre Unannehmlichkeiten. Rufen Sie mich jederzeit an. Mein Name noch einmal. H-O-E-K-J-A-H-N-K-E. Meine Nummer ist 056131470 und die Durchwahl ist 06. Ach so, Ihr Firmenlogo auf den Fahrzeugen stellen wir natürlich nicht erneut in Rechnung. Guten Tag, Patschelt hier. Ich rufe von der Firma Saga an. Sie haben uns die Durchführung des Workshops zur Arbeitssicherheit nächste Woche ja schon bestätigt. Dafür danke schon mal. Leider gab es ein Problem mit der technischen Ausstattung vor Ort und wir müssen alles verlegen. Der Referent soll bitte in den Raum 704 kommen. Dann brauchen Sie die Teilnehmerzahl, haben Sie gesagt. Das wären voraussichtlich 13 plus die Geschäftsführerin. Könnten Sie mir die Handouts bitte schon vorab schicken? Ich drucke alles aus, dann müssen Sie das nicht machen. Ach, und wichtig ist noch, geben Sie bei der Rechnung bitte die Adresse unseres Hauptsitzes in München an, nicht unsere in Erlangen. Melden Sie sich bitte bei Fragen bei mir. Mein Name nochmal. P-A-C-Z-E-L-T Und meine Nummer. 055 1 48 630 89 Ich danke Ihnen. Schönen guten Tag. Hier ist Pfeiffer vom Kinderladen Zwergenaufstand. Wir haben uns angesehen, was Sie kalkuliert und geplant haben. Es gab aber noch offene Fragen, also Folgendes. Wären wir bei dem Regal beim gleichen Preis, wenn wir uns doch für eine farbige Lackierung entscheiden? Sie sagten, Sie haben eine Übersicht über die Farben, aus denen wir wählen könnten. Lassen Sie uns die bitte noch zukommen. Außerdem steht Ihre Bestätigung, dass alle Lacke mit Öko-Siegel versehen sind, noch aus. Ohne kann ich den Auftrag nicht erteilen. Der Umbau soll jetzt am 30. Juni beginnen. Die Info war ich Ihnen noch schuldig. Innerhalb von 14 Tagen sollen dann alle neuen Möbel eingebaut werden. Sie können sich gern telefonisch melden. Mein Name ist Pfeiffer, also P-F-E-Y-F-F-E-R und meine Nummer 040 710 26 09. Ich danke Ihnen.